Die schwedische Stadt Stockholm ist die Hauptstadt und größte Stadt des Landes und bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und natürlicher Schönheit. Stockholm ist bekannt für seine atemberaubende Landschaft und malerische Architektur und zieht Touristen aus der ganzen Welt an. Einer der Höhepunkte eines Stockholm-Besuchs ist die Erkundung der wunderschönen Landschaft. Die Stadt ist auf 14 Inseln gebaut, die durch eine Reihe von Brücken miteinander verbunden sind, was ihr einen besonderen Charme verleiht. Touristen können einen gemütlichen Spaziergang entlang der Uferpromenade machen oder eine Bootsfahrt unternehmen, um einen atemberaubenden Blick auf das Stadtbild zu genießen. Die Tourismusindustrie der Stadt lebt von ihrer reichen Geschichte und ihrem kulturellen Erbe. Besucher können in schwedische Traditionen eintauchen, indem sie Skansen besuchen, ein Freilichtmuseum, in dem traditionelle schwedische Architektur und Bräuche gezeigt werden. Außerdem finden in Stockholm das ganze Jahr über verschiedene Festivals statt, bei denen Musik, Kunst, Essen und vieles mehr gefeiert wird. Dank eines effizienten öffentlichen Verkehrssystems ist das Reisen in Stockholm sehr bequem. Die Stadt verfügt über ein ausgedehntes Netz von Bussen, Straßenbahnen, Zügen und sogar Fähren, die verschiedene Teile der Stadt miteinander verbinden. So können sich Touristen problemlos in den verschiedenen Stadtteilen Stockholms bewegen. Outdoor-Fans können die zahlreichen Parks und Grünflächen der Stadt zum Wandern oder Radfahren nutzen. Auch Kajak- oder Kanufahrten auf den malerischen Wasserwegen sind möglich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Stockholm eine charmante Stadt ist, die ihre Besucher mit ihrer atemberaubenden Landschaft, ihrer reichen Geschichte und ihrer Kultur verzaubert. Ganz gleich, ob sie Museen erkunden, Aktivitäten im Freien in schönen Parks genießen oder einfach nur durch charmante Straßen mit farbenfrohen Gebäuden schlendern möchten, dieses skandinavische Juwel wird ihnen ein unvergessliches Reiseerlebnis bescheren. Vielen Dank.